Auf einmal herzlich willkommen zum Wissenschaftsfestival Effekte hier auf unserer tollen Open-Air-Bühne. Ich hoffe, Sie werden gleich nicht nass bei unserem Highlight, was jetzt kommt. Es ist Lauchon 5, also die fünfte Generation am FZI hier in Karlsruhe. Jetzt sind wir seit 25 Jahren an dem Thema dran und Lauchon ist der Stabheuschrecke nach dem Kunden. Aber es sieht gut aus, er scheint das gesehen zu haben. Hier sieht man hier einen der großen Vorteile von Lauchon. Mit seinen vier Gelenken in den Beinen kann er eines seiner Beine umdrehen und als Arm benutzen. Und mit diesem Arm und dem daran angebauten Greifer, den wir speziell für Lauchon Roboter entwickelt haben, ist er jetzt also in der Lage, hier den Herrn Frosch vom Boden aufzusammeln. Und wir werden gleich sehen, hoffentlich auch zuverlässig in seinem Korb abzusetzen. Keine Angst, der Herr Frosch ist ein professioneller Stuntman. Der hat das mit Lauchon schon mehrere Male gemacht. Das mit Lauchon schon mehrere, viergange nach dem increduleren Stuntman. Der dass, während wir schon vor Aceitungen sprechen, und die 초보자 drei oder bis zu werden, das mit Lauchon-Par shoch ist erkannt. Es gibt noch ein paar Mal gerade amusing, Das mit Lauchon zum Beträtig auf dem, am Wyvertrag an verrschaften Zaun an beiะ splints. Beim